Herr Inke So moin moin und willkommen sogar zu einem Triple Upload heute. Man könnte meinen, dass sich heute die Ereignisse überschlagen, denn der YouTuber Slivki Show, der durch Experimente bekannt geworden ist, quält, misshandelt und töte Tiere bei seinen Experimenten. In seinem Video, wo er sich die Frage stellt, wie viel eine Fliege überhaupt heben kann, bindet er das Insekt in einen Strick. Nicht, dass das schon genug Quälerei für das Tier ist. Nein, es wird noch verrückter. Er bindet danach das Tier an ein Streichholz und anschließend an ein Tic-Tac, was für das Tier die Hölle bedeuten muss. Tierschutzorganisationen der WWF-Kampagne waren auch schon vor Ort und versuchen das Ganze über das Gericht zu klären, da die Aufnahmen sehr, sehr schrecklich sind. Denn anschließend verfüttert er das arme Tier an seine Katze. Das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass jetzt doch noch ein Video kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Gehabt euch wohl, euer Inkef!